Boah, und du, hier müssen wir ja mal raus. Ja, ich weiß, da hast du recht. Wieso haben wir hier nur rausgekommen? Boah, vielleicht mit diesem Krokodil. Nein. Keinen Zweck. Lieber Pfoten sauber machen. Uuuuh, ich musste kacken. Uuuuh. Ja, er hat gesessen. Pups doch nicht hier mal ins Wasser. Warum denn nicht? Boah, was sieht der auf Tisch? Guck mal. Die Ente, die ist runtergeflogen. Die kann nicht schwimmen. Schlimmer gehts ja nicht mehr. Boah, miau auf die Katze. Boah, wen interessiert das? Ach so, ist doch sauber. Uuuuh, ich bin schön. Und, wie gehts? Na, alles, was abgeht natürlich. Was sollen wir nur so machen, hier rauszukommen? Da oben können wir raus. Und, guck doch mal nach da oben. Und, es ist viel zu glatt. Die müssten, äh, irgendwie hoch springen. Ach, die schaffen wahrscheinlich eh nicht. Echt rüber, Leute? Nein, das funktioniert nicht. Ähm, hoch klettern natürlich. Schnuppern, schnuppern, Nase sauber machen. Und, nein, das funktioniert nicht. Komm, die müssen hier nicht rauskommen. Ach, wir schaffen ja eh nie. Ach so, na, die auch nicht. Glaubt ihr denn, wir schaffen es? Hallo, ich hab dich gefragt. Ihr habt euch ge-, sie haben euch gesagt. Und nicht mich auch geboren. Ja, ach, du bist schon nur die Einzige hier. Ja, logisch. Also, jetzt helf uns. Warum uns? Du bist doch nur eine Person. Es gibt ja noch uns zwei hier. Und, nimm die Enten. Alle Enten können uns nicht helfen. Das mach eh noch bescheuert. Guck doch. Das Guckodil ist auch nicht schlauer. Einfach hoch hüpfen. Das wärs. Ach, das schaffen wir nicht. Ach, wer weiß. Aber ein Versuch wär's wert. Ähm, nee, ich glaub nicht. Ähm, ich glaub auch nicht. Ähm, ich glaub auch nicht. Hm, was es alles gibt. Heutzutage ist wirklich alles möglich. Ach, das schaffen wir jetzt nächstes Mal. Ach, wer weiß. Ach, das ist alles. Ja.